Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays, Leute. Wir zocken heute eine Runde Ironside. Von dem Game haben mir schon einige Kollegen erzählt, dass sie das zur Zeit spielen. Und ich habe bei diesem Spiel mal einen Bericht gelesen, welcher sagt, das Spiel ist wie eine Mischung aus Modern Warfare und Black Ops. Und ich denke mal, besser geht es für mich eigentlich nicht, Leute. Ihr seht, das Video ist natürlich als Werbung gekennzeichnet, muss natürlich gemacht werden. Trotzdem habe ich mega Bock, das Spiel mit euch zusammen zu entdecken, Leute, denn das klingt einfach krass. Wir schauen jetzt mal gemeinsam rein hier in den Klasseneditor. Aber der gibt es hier nämlich auch, habe ich gerade schon abgecheckt. Gucke euch das mal an, das Ganze sieht einfach genauso aus, wie wir das schon kennen und wie wir das auch lieben, Leute. Man kann sich hier schön die Aufsätze draufschrauben, eine Zweitwaffe hat man hier, ein Messer, hier hat man die Scorestreaks am Start, Freunde. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal das, was da ist jetzt, einfach mal YOLO und gehen jetzt mal in ein PvP-Match rein, Freunde. Und wir können uns sogar hier die Spielmodi aussuchen, was ich gerade gesehen habe. Also jetzt zum Beispiel ist es gerade sogar Suchen und Zerstören, wie geil ist das denn, Leute. Das heißt, ich kann hier auch nochmal rausgehen, kann ich dann hier auch bestimmen, welchen Spielmodus ich gerade suchen möchte? Ja, kann ich hier, sehr gut. Ich will das nicht spielen, das kenne ich nämlich nicht. SecurePoint ist wahrscheinlich Hardpoint, will ich jetzt aber auch nicht. Ich will nur TDM oder Suchen und Zerstören spielen. Und Leute, wie nice ist das denn, Freunde? Okay, Suchen und Zerstören würden wir jetzt spielen. Die Maps sind DOM, Cloud9, Ironwork. Ey, das sieht richtig gut aus, ohne Scheiß jetzt. Und das Ganze ist, wie gesagt, komplett Free-to-Play. Und ich habe neulich mit einem Kollegen, eines Kollegen, das klingt irgendwie komisch, geredet. Und ich habe ihn gefragt, zockst du eigentlich auch, weil ich kann den noch nicht. Und er meint, ja, ich zock IronSide. Ich denke mir so, hä, mit denen habe ich nächste Woche eine Kampagne. Also ja, das Game ist echt nice und so. Ich dachte mir so, ey, besser geht es ja gar nicht, dass das Spiel sogar nice ist. Man hat ja hin und wieder auch mal ein Spiel gespielt bei Kampagnen, was einem nicht so gefallen hat vielleicht. Aber das wird auf jeden Fall geil. Vor allem, weil ich jetzt wahrscheinlich richtig schön auf die Fresse bekommen werde. Ich freue mich auf jeden Fall extrem auf die Runde, Freunde. Und ich würde sagen, wir gehen rein, gewinnen. Und der Beste wird gewinnen. Okay, welche Klassen nehme ich denn mal? Snipen ist wahrscheinlich zu much. MP5. Okay, wisst ihr, was wir machen? Wir nehmen hier die AR. Oh Gott, Leute, Suchen und Zerstören. Wie geil ist das denn, Leute? Okay, die Fähigkeit verdeckt auch nichts, hoffentlich. Gucken wir mal, ob irgendwo eine Minimap erscheint. Ah, oben, perfekt. Besser geht es ja gar nicht, Leute. Also, super. Das ganze Game sieht so aus. Alter, wie geil ist das denn? Das ist mal um den Scheiß, Leute. Ich habe jetzt, wer hat, natürlich keine Ahnung, wo die ersten Gegner jetzt kommen können. Das ist halt auch mit zwei Bombenspots. Also, Leute, ich denke mal, wie das Prinzip ist, muss ich euch nicht mehr erklären. Ich denke mal, das haben wir alle gut genug kennengelernt, Leute. Oh Gott, diese Gegner sind hier jetzt anscheinend. Zu zerstören heißt Bomben wird verteidigt. Nein, 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 nein. Erstmal pre-aim. Oh, Leute, easy, den ersten Kill. Ah, den Kill haben wir gemacht, Leute. Das ist für mich eigentlich schon gut am PC. Ich hoffe, dass unser Team jetzt hier gewinnen kann. Jawohl, 1 zu 0 für uns. Nice. Okay. Ich würde sagen, Spielprinzip sehr, sehr leicht verständlich. Eine schöne Runde suchen und zerstören. Und geht direkt weiter. Geil. Okay, das heißt, wir müssen jetzt gerade verteidigen oder müssen wir legen? Ich hoffe, wir müssen gerade verteidigen, oder? Speisen wir hier mal die Granate rein, Leute. Ein bisschen PC-Steuerung kenne ich ja auch gerade so. Angst, dass die jetzt hier flankieren oder so, ey. Ich fühle mich gerade ein bisschen unwohl. Ich kenne die Map ja noch gar nicht. Das ist immer so ein bisschen bei neuen Maps. Kennt ihr sicherlich. Wenn ihr bei COD oder so ein neuen Map spielt, muss man sich immer kurz das ungewöhnen. Aber ich habe Angst, dass hier irgendwo einer ist, weil... Alter, Leute. Irgendwo hier ist auf jeden Fall jemand. Ich höre Schritte. Nein, nein, nein. Ich lege mich hier hin. Ich sterbe, okay. Oh, 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 oh. Okay, wo könnten die Gegner jetzt sein? Wo könnten die Gegner jetzt sein? Als ob ich jetzt hier direkt klatschgehe. Nein! Oh, Gott. Ey, das ist ja richtig geil, Mann. Das fühlt sich auch noch mal krass an. What the fuck, ey. Okay, das ist definitiv das beste Spiel, was ich jemals für eine Kampagne spielen durfte. Das ist kein Gelaber, Leute. Alter, das ist ja zu geil. Ich muss mich ja gar nicht dran gewöhnen. Ich weiß ja jetzt schon, wie es funktioniert. Die kommen bestimmt hier. Mann, teammate. Ich war so ganz am Anfang, wo ich mit YouTube anfangen wollte. Wollte ich mit PC-Gameplays anfangen. Ich war zwar schlecht, aber ich konnte mir damals noch nicht die Aufnahmekarte leisten. Geht das so... Ey! Getüttet... Okay, okay. So ein bisschen, was wir jetzt mal machen, Freunde. Hab's doch noch nie gemacht, aber wir snipen, dass wir jetzt da noch... Komm schon! One v one Situation. Ne, oben steht 1-1. Wo sehe ich denn, wie viel noch leben? Sieht man das? Wahrscheinlich so Scoreboard. Ja, okay. Jetzt... Okay, wir sind vier gegen einen. Also das sollten wir definitiv holen. Jetzt die Runde. Jawohl, sehr schön. 2-1 für uns. Sehr gut. Okay, ich denke mal, das verstehen wir gut. Okay, sehr schön. So sieht das Ganze also aus. Ich würde sagen, ich weiß schon, wo ich jetzt pre-aime. Oh, der rusht ja richtig rein da hinten. Hier passt keiner auf, ne? Was hab ich hier eben gesehen? Okay, Shift, um Atem anzuhalten. Und gerade erst direkt neben mir. Okay, nice. Huhu. Oh, Mist! Ich hab's eigentlich voll gut gemacht. Ich hatte gerade absolut... Ich hab einen Controller in der Hand. Ich bin ja eigentlich überhaupt nicht gut mit Mausentastatur. Aber das lief ja gerade mal gar nicht schlecht. Ich würde sagen, danach machen wir eine Runde TDM. Aber erst mal die Runde suchen und zerstören hier am Zocken. Ah, okay. Jetzt müssen wir Attack sein. Okay, jetzt verstehe ich. Jetzt müssen wir angreifen. Oh, war der close, Mann. Alter, wie geil... Wie geil klingt die Sniper, Leute. Das war Team-Mater. Kann man hier jumpshoten? Ja klar, am PC kann man immer jumpshoten. Okay, wir platzieren. Oh, da haben wir die Runde. Sehr schön. Okay. Ich will nicht pushen, aber ich hab schon meine... Zwei Kills. Also, Leute. Das ist fucking gratis, das Spiel. Ich hab's mir gerade eben runtergeladen. Ich hab auch keinen Account-Boost oder so bekommen. Es ist einfach... Man kennt die. War ja sogar ein CS-Gore mit der AWP so minder begabt. Also, definitiv gibt es schlechtere Sachen als das hier gerade. Oh, okay. Die haben ihre Drohne. Oh, wir haben auch eine Klingendrohne. Okay. Wie viele Gegner haben wir? Einen. Und wir sind zu zweit. Okay, ich muss... Nein. Da... Hab ich gerade gar keinen Such- und Zerstören-Gedanken dran. Verschwend ich vollidiot. Ich dachte, der Teammate ist da irgendwo. Ich hab gar nicht im Kopf gehabt, wo ich hin muss. Ey, krass. Ach, mit Zeit bekommt man die Streaks auch. Also nicht nur, wenn man Punkte holt. Okay. Okay, meine Teammates... Okay, 4-3. Meine Teammates machen gerade gute Arbeit. Aber das Snipe-Bugt echt, Alter. Ohne Scheiß. Vielleicht kann man sich sogar hier... Oh mein Gott, warte. Da kenne ich schon direkt die Secret-Spots. Ey, ohne Scheiß. Ich hab wahrscheinlich gerade schon wieder den übelsten MLG-Spot rausgekommen. Aber jetzt geht's nicht mehr. Nein. Oh Gott. Ich hätte einfach mit der Sniper machen sollen. Ich vollidiot. Oh, wir haben nur noch einen. Nein, ich fand da nicht, oder? Oh Gott, doch. 4-4, Leute. Natürlich erste Runde direkt das spannendste Match aller Zeiten. Geht wahrscheinlich bis 6, vermute ich mal. Ich muss sagen, vom Spielprinzip und vom Setting gefällt es mir auch nochmal krass. Das ist genau die Zeit, sozusagen, die ich feiere. Also diese... Genau diese modernen... Nicht zu modern, aber auch... Äh, 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 äh. Nein! Ich hab doch... Ich hab doch gerade abgefeuert. Nein. Jawohl. Let's go, Baby. Ah, jetzt haben wir das Spiel gewonnen. Bei 5 gewinnt man. Nice. Nice, 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 alter. Also das hat gerade mal richtig, richtig Bock gemacht. Oh, ne Witz. Der Schweinehund hier mit der Final-Kill-Kern. Ach, mit Highlights sogar. Okay. Ich hasse mir, jetzt kommt der 3-Piece. Na gut, Leute. Ich würd sagen, welchen Platz haben wir gemacht hier im Team? Ah, okay. Ich hab jetzt ne Vorratsbox zum Beispiel bekommen. So, jetzt kann ich zum Beispiel auch hier ins Lager ne Vorratsbox benutzen. Benutzen. Ja, natürlich, diese Mütze will man haben. Wir haben noch eine Box. Benutzen wir auch nochmal. Let's go. Ah, okay. Also das heißt, das kann ich wahrscheinlich alles gar nicht zeigen, weil es wieder viel zu viel gibt. Aber es ist schon geil. Okay, es ist jetzt Team Deathmatch. Oh, besser geht's ja gar nicht. Jetzt ohne TDM und jetzt werd ich, glaub ich, trotzdem snipen. Einfach, weil ich Bock drauf hab, Leute. Weil ich einfach Bock drauf hab. Ach, guck mal, das hab ich hier, das hab ich schon freigespielt hier. Okay, wieder Cloud 9, die Map. Okay, das ist eigentlich ganz gut. Da käme ich ja schon ein bisschen aus jetzt. Alter, wie schnell ist der Loadscreen? Immer, wenn ich am PC einen Shooter spiele, will ich snipen. Ich weiß selber nicht, woran es liegt, Freunde. Es muss einfach sein. So, jetzt wird gequickscoped, Leute. Jetzt wird gequickscoped. Ohne Skrupel. Da liegt einer. Hier kommen die safe, ja. Okay, die kommen safe von hier. Als ob ich noch nie was anderes gemacht hätte, ne? Hab ich nicht grad gemacht, oder? Und wieder hinterein. So gut hab ich gesagt. Okay, das Leben heilt sich auch langsam wieder. Schnell wieder hier und wieder hier. Schnell gucken. Da sind sie auch schon. Ah, der Typ hat mich doch gesehen. Wenn ich jetzt ne AR auspacke, mit den Laufwegen, die ich grad hab. Warte, sorry. Okay, jetzt muss ich kurz beim nächsten respawnen. Ah, okay, sehr gut. Oh mein Gott. Hm. Ah, ich hab's eigentlich, glaub ich, richtig gemacht. Okay, jetzt haben wir die AR. Okay. Mit den Laufwegen von eben, why not? Leute, dieses Spiel macht einfach gerade unnormal Bock, ne? Und es ist einfach fucking free to play. Es ist absolut im Zahn der Zeit, sozusagen. Fünf Kills haben wir. Okay, wir sehen aber nicht, wie viele Tote. Das ist eigentlich perfekt. Das ist so ein Spiel, das frustriert mich. Oh, jawoll. Boah, der Jumper, der Typ ist die ganze Zeit am Snipen, ne? So wie ich vorhin. Nein! Okay. Leute, ihr seht schon, warum auch immer, ich snipe besser als mit der normalen Waffe in so einem Spiel. Warum auch immer. Let's go. Ich weiß eh, dass die jetzt hier sind. Guck mal, Leute. Der Hitmarker ist direkt da. Weil wenn ich erst mal im Spawn bin, dann hätte ich jetzt wieder die normale Waffe geworden. Das ist unglaublich. Immer die falsche Waffe in der Hand. Dann nehme ich jetzt die MP5, Leute. Mit der MP5 und deinem Gucci-Shirt. Ich hätte da mein großes... Ey, der ist echt gut, der Typ, ne? Die machen es halt schlau, ne? Man kann halt krass Spawn trappen. Weil... Ach, Kill Chain heißen die Streaks quasi. Okay, ich hab 8 Kills und 16 Tode. Oben rechts steht's. Perfekt. Ihr seht die 16 Tode nicht mal. Optimal. Okay, nice. So. Hier sind Schritte. So, wieder Schritte hinter mir. Ah, Mann. Guck mal, seht ihr, Leute? Die Kenntnisse und vor allem das Soundtonen ist richtig geil. Man hört richtig gut. Boah, Digga, da hab ich hier den besten Scuff-Jump ausgepackt grad. Aber ich hab noch ne Streak. Guck mal. Hier, das Ding hab ich hier erspielt. Ja, 14,24 war die Runde hier. Nicht so wirklich gut. Und auch mal ne andere Map jetzt. Und zwar Island, Freunde. Und ihr wisst, auf Island wird gesnipet. Ich kenn mich ja seit Jahren aus auf dieser Karte. Ich glaube, mit dieser Waffe sollte ich mal ein bisschen spielen. Ich hab'n Hitmarker gegeben. Oh, schade. Ich hätte beide kriegen können. Na, wir sind beide gestorben. Krass, wir sind beide gestorben. Oh mein Gott. Ja, okay, Leute. Ich will nicht pushen, aber jetzt sind wir grad richtig gut. Ah, jetzt hab ich die Bombe. Okay, jetzt hab ich die Bombe. Ah, so kann man die Bombe wieder hinlegen. Verstehe. Okay, jetzt hab ich die Bombe gelegt. Das war auch meine erste, die ich jemals gelegt hab. Sehr schön. Okay, ich verstehe. Sehr, sehr cool. Oh, was für ein kranker... Ohohohohohohohohoho. Kann man aber nicht... Er hat sich vorher schon umgedreht. Let's go Leute, haben wir gewonnen Okay, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like Dann ladet euch das Game runter, es ist kein Scheiß Es ist richtig, es hat wirklich Spaß Also, ich hätte damit nicht gerechnet, dass es mir so viel Spaß macht Schreibt in die Kommentare, wie es euch gefallen hat Lasst ein Like da, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Haut rein, bis dahin und ciao, ciao